Hallo zusammen, Ei Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Furiose Flora anzunehmen bei Fervos, in Seres Mortis, an dieser Position. Forquests waren ungezügeltes Wachstum, pflanzliche Heilmittel und schwergeladen. Solltet ihr weitere Fragen haben zu Forquest oder Forgequest, schaut bitte in die Videobeschreibung, da findet ihr mehrere Videos verblinkt, in denen ich komplette Questreihen am Stück zeige. So, nach der Questannahme muss man hier diese Sprechplätze anklicken, dann bekommt man einen Extraknopf. Je nachdem, wie euer Winterface aufgebaut ist, kann er auch hier Wunden sein oder sonst irgendwo anders, wo ihr die Extraknöpfe hier positioniert habt. Und man hat, soweit ich das mitbekommen habe, zwei Damage Skills. Das sind meine Pets. Benutzen. Das sind so Pflanzen, die auf den Gegner zu stürmen und Schaden machen. Und dieser Skill, finde ich, macht besonders viel Schaden. Also, den am besten benutzen, wenn man was zusammengepult hat. Oder bei vielen großen Mobs. Und dann der letzte Skill tut einem heilen, soweit ich weiß. So, ich pull hier mal was zusammen. Das da, den da und den da. Ihr müsst es selbst einschätzen, wie gut euer Equip ist und wie viel ihr raushaltet. Und das da. Und jetzt benutze ich den Extraknopf. Bam. Also, vermutlich funktioniert es nicht bei jeder Klasse, dass man so etwas macht. Aber als Jäger kann man sich durchaus sowas leisten. Vielleicht noch als Krieger, als Paladin. Diese Fähigkeit heilt. Ihr habt gesehen, meine Pets sind vorgeworden. Und hat auch Gegner gefesselt, wie es aussieht. Und jetzt habe ich wieder die Blümchen. Da ziehe ich mich so, dass die Gegner vor mir sind. Und ich bin schon bei 64%. Mit dem Mob bin ich sogar noch weiter. 76%. Wunderbar. Wir können natürlich die Gegner auch so töten. Zählt auch zu Quest. Es geht aber wesentlich langsamer. Finde ich. Also, die Extraknöpfe sind schon... Ja, die sind gut. Ich hoffe mal, die bleiben so auf dem Live-Server. Ich befinde mich hier auf dem PTR. Mal schauen, wie weit dieser Mob mitläuft. Weil ich habe nämlich wieder den Super-Duper-Damage-Mega-Skill bereit. Dann benutze ich den mal. Boom. Und ich bin bei 99%. Dann töte ich einfach mal diesen Gegner. Plus alles, was drumherum steht. Das ist ja Snooppe in diesem Fall. Sind nur ein paar kleine Blumen. Und die Quest ist bereit zur Abgabe. Juhu. So, Quest ist abzugeben bei Fervos. In Seres Mortis. An dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Indem ihr das Video positiv bewertet. Und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch hier in der Mitte so einen Extraknopf ein. Ihr könnt mich gerne auch auf Twitch besuchen. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und in den Kommentaren. Weiterechen wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und viel Erfolg. Ciao. Ciao.